Setzen Sie sich auf einen Stuhl. Die Füße stehen stabil auf dem Boden. Von den Sitzbeinhöckern aus, das sind die beiden meist gut zu spürenden Knochen in den beiden Gesäßhälften, richten Sie die Wirbelsäule auf. Das Brustbein ist leicht angehoben. Lassen Sie die Schultern entspannt sinken, sodass die Arme seitlich neben dem Körper hängen können. Heben Sie den Hinterkopf mit einer minimalen Bewegung Richtung Decke an, sodass die ganze Wirbelsäule lang und aufgerichtet ist und ihrer natürlichen Schwingung folgen kann. Öffnen Sie die Beine etwas über Hüftbreite, sodass Sie den Oberkörper bequem nach vorne neigen können. Die Wirbelsäule bleibt lang aufgerichtet. Der Bauchnabel zieht sanft nach innen oben. Winkeln Sie die Unterarme im 90-Grad-Winkel an, die Handflächen zeigen zueinander. Beginnen Sie mit einer kleinen, schnellen, hackenden Bewegung auf einer imaginären Trommel vor Ihnen. Führen Sie die Bewegung so lange aus, bis Sie erste Anzeichen von Anstrengung spüren. Kehren Sie in die Ausgangsposition zurück. Die Handflächen zeigen zueinander. Heben Sie nun langsam den rechten Arm an, bis die Fingerspitzen Richtung Decke zeigen. Beugen Sie den Ellenbogen und führen Sie den Arm zurück, sodass sich zum Ende der Bewegung der Ellenbogen hinter dem Körper befindet. Üben Sie zunächst mehrmals mit dem rechten Arm, bevor Sie auf die linke Seite wechseln. Kombinieren Sie die beiden unterschiedlichen Übungen. Zunächst hacken, dann abwechselnd die Arme beugen und strecken. Zum Ausgleich führen Sie den linken Arm, wie eben beschrieben, nach oben. Der rechte Arm hängt seitlich neben dem Körper. Beugen Sie die Wirbelsäule sanft zur rechten Seite. Der linke Arm verlängert sich dabei Richtung Decke. Der Kopf folgt der Bewegung nach rechts. Dabei verlängert sich die linke Körperseite und wird in die Länge gezogen. Wechseln Sie nun die Seite. Führen Sie den rechten Arm nach oben. Der linke Arm hängt seitlich neben Ihrem Körper. Beugen Sie die Wirbelsäule sanft zur linken Seite. Der rechte Arm verlängert sich dabei Richtung Decke. Der Kopf folgt der Beugung nach links. Die rechte Körperseite wird nun ganz lang. Wechseln Sie mehrmals die Seiten. Der rechte Arm. Men ... Vielen Dank.